Wünsche habe ich, dass alle gesund bleiben und alle, die jetzt im Moment krank sind, dass sie gesund werden. Weil manche sind richtig krank, auch aufgrund von Corona, auch aufgrund von anderen Dingen. Aber wenn du natürlich die Zahlen siehst und siehst, wie viele Menschen sterben müssen in diesem Land bis jetzt und wie viele auch schwer erkrankt sind, dann ist das, glaube ich, der wichtigste Wunsch, dass wir alle gesund bleiben oder die Menschen, die jetzt krank sind, gesund werden. Gesamtgesellschaftlich, wie das dann jetzt groß ausholen. Ich habe es ja vorher gesagt, Situationen annehmen, vernünftig sein, auch im Hinblick auf Menschen, die jetzt viele Sachen kritisieren oder vielleicht auch meinen. Es ist Blödsinn, eine Maske zu tragen und die sollte dann vielleicht mal überlegen, wie es für die Menschen ist, die in ihrem Familienkreis schwer erkrankte Menschen haben oder Menschen, denen ihre Eltern gestorben sind. Wenn sie vielleicht den Gedanken mal hegen würde, dann würde sie vielleicht auf ein vernünftiges Ergebnis kommen. Das wäre ein großer Wunsch für mich und damit einhergehend ist einfach eine gesellschaftliche Solidarität und eine Solidarität mit den Schwachen und mit denen, denen es gerade nicht gut geht. Das wäre ein Wunsch. Und wenn ich das auch noch sagen darf, wenn sie schon angesprochen haben, dann sage ich es nämlich jetzt, weil das liegt mir schon auch. Und ein großer Wunsch wäre auch, dass mir ein ganz kleines, klein bisschen Geld in die Hand nehmen würde in diesem so unglaublich reichen Land und den Menschen, die jetzt in irgendwelchen Flüchtlingslager sind und es schneit und sie haben keine warmen Kleider und haben nicht richtig was zum Essen, dass man vielleicht den Menschen, die Menschen so aufnehmen würde und ihnen das zukommen lässt, was für in unserer Gesellschaft das menschenwürdig gilt. Das wäre ein großer Wunsch von mir.